Angela Merkel im Bürgerdialog zu Besuch an einer Rostocker Schule. Und plötzlich werden die Folgen der Flüchtlingspolitik der EU ganz konkret. Dieses palästinensische Mädchen erzählt der Bundeskanzlerin von ihrem Schicksal. Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Ja, genau. Ich verstehe das. Und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch Hartpolitik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt. Und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Ich weiß nicht, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Diesen Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ja, das haben wir ja auch sinnvollerweise gesprochen. Und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Ja, das ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist.